In einem Interview mit Entertainment Tonight Canada sprach Zachary Quinto über einen vierten Star Trek-Film im Reboot-Universum. Der Spock-Darsteller glaubt, es existieren momentan einige verschiedene Drehbücher. Eines von ihnen wurde schon geschrieben, bevor Quentin Tarantino ins Gespräch kam. Laut Quinto arbeiten aber auch Simon Peck und Doug Young, die auch schon das Drehbuch zu Beyond geschrieben haben, an einem Script, genauso wie ein weiteres Team von Autoren. Simon Peck erklärte dagegen im Happy Sad Confused Podcast an keinem Drehbuch zu arbeiten. Er wisse nur von zwei Drehbüchern. Eines aus der Feder von Mark Oldsmith, basierend auf Tarantinos Idee, und einem zweiten von J.D. Payne und Patrick McKay, das Chris Hemsworth als George Kirk beinhaltet. Auf die Frage, ob Peck Interesse daran hätte, an einen weiteren Star Trek-Film zu schreiben, antwortete er aber, ja, 100 Prozent. Welches Drehbuch am Ende den Zuschlag bekommt und wie viel es tatsächlich gibt, ist noch unklar. Alex Kurtzman wird bei der Premiere der zweiten Staffel von Star Trek The Scary Regie führen. Bisher war Kurtzman Executive Producer der Serie, hat aber auch zusammen mit Brian Fuller das Drehbuch der ersten Folge, das Vulkanische Hallo, und für die ersten beiden Reboot-Filme zusammen mit Robert O'Orkey geschrieben. Neben Kurtzman wurde auch schon Jennifer Frakes als Regisseur bestätigt. Die Arbeiten an der zweiten Staffel sollen nächsten Monat beginnen. Tamara Darrell sprach mit Trekmovie.com über ihre Arbeit als Production Designer bei Star Trek Discovery. Für die zweite Staffel seien mehrere Teile des Schiffes ausgebaut worden, die Korridore, die Messe, die Krankenstation und Stamets Labor. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass wir einen richtigen Maschinenraum zu sehen bekommen. Darrell gestand auch, dass es unmöglich sei, zu den Kulissen der Originalserie zurückzukehren, auch wenn die Serie versuche, einen Übergang zum Toast-Design zu zeigen. Discovery sei aber eine düstere Serie und damit das, was die Zuschauer heutzutage erwarten würden. Auch Glenn Hattrick und James McKinnon, zuständig für Make-up und Prothesen, gaben ein sehr ausführliches Interview über ihre Arbeit, das alle Interessierten natürlich in der Videobeschreibung finden können. Discoverys siebte Episode, T gleich Matt hoch 2, wurde in der Kategorie Beste Dramatische Präsentation für einen Hugo Award nominiert. Der Hugo Award wird seit 1953 von der World Science Fiction Society vergeben und ist nach dem Begründer des Begriffs Science Fiction, Hugo Gemsbeck, begenannt. Neben Discaries sind unter anderem auch die Black Mirror Episode USS Callista und Dr. Whos Weihnachtsspecial von 2017 Twice Upon a Time nominiert. Der Gewinner wird im August bekannt gegeben. Der zweite Teil des Soundtracks von Star Trek The Scary von Jeff Russo erscheint heute in digitaler Form und am 25. Mai als CD im Handel. Das Album umfasst 22 Lieder mit einer Gesamtspielzeit von gut 53 Minuten. Als MP3 kostet das Soundtrack knapp 10, als klassische CD etwa 15 US-Dollar. Der offizielle Star Trek Podcast Engage wird nach 94 Episoden eingestellt. Grund dafür sei nicht die fehlende Popularität des Podcasts gewesen, tatsächlich erfreute sich die Show große Beliebtheit, sondern der Verkauf der CBS Radio Sparta an Entercom im November letzten Jahres. Der neue Eigentümer habe sich entschieden, keine selbst produzierten Podcasts zu verbreiten. Jordan Hoffmann, Host von Engage, kann die Entscheidung nachvollziehen und erklärte, der Star Trek Community nicht den Rücken kehren zu wollen. Der Fanfilm Star Trek Temporal Anomaly ist neben Axanar und Federation Rising einer der wenigen Fanfilme, die Probleme mit der Rechtsabteilung von CBS bekommen haben. Ursprünglich sollte der Fanfilm am 30. März erscheinen. CBS erbart sich aber einen Aufschub, um einige rechtliche Fragen zu klären. Ursache dafür war die Auslegung der Fanfilm-Richtlinien. An Temporal Anomaly wird schon seit 2013 gearbeitet. Die Richtlinien, so verstanden es viele, sollten aber nicht rückwirkend gelten. Das legte zumindest eine offizielle Aussage von CBS nahe. Die Veröffentlichung eines Directors Cut ist deshalb nicht möglich. Eine angepasste Version des Filmprojekts nach den Vorgaben der Richtlinien ist aber schon in Arbeit. Was denkt ihr, welches Drehbuch sich für den nächsten Film durchsetzen wird? Und wie fandet ihr die Kulissen in Discovery? Das ist kein Weg. Das ist vonри. Das ist die Leipzig.